herzlich willkommen meine lieben freunde gerade rechtzeitig zur neuen monsterwelle hier die folge 38 craft the world wir werden hier fürchterlich davon abgehalten unsere unser super zwergenschloss hier zu bauen die sind alle total müde was macht ihr jetzt und warum schießt der tesla dom nicht ist jetzt zu weit weg los gibt es ihm gibt sie im jahr falls verpasst ihm eine ja los gibt jetzt aber stark der ist aber stark der baut hier drüber sogar noch knallt er noch das ding weg junge 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 wie viele kommen denn da ach du scheiße guckt euch das mal an wie viele da kommen ach du scheiße warum habe ich hier eigentlich keine eisentür eingebaut vielleicht schaffen wir das noch ganz oft die schnelle da eine eisentür einzubauen alle bräuchten schloss ok kann ich schnell schloss kräften dann machen wir doch glatt so so und so und dann machen wir zwei schlösser am besten und jetzt noch eine eisentür ja ok eisenerz eisenerz geht auch langsam zur neige und schloss zack pang pang so jetzt machen wir hier zwei genau und jetzt setzen wir mal eine tür ein ich hoffe man die tür haben wir schon nein die muss jetzt noch gebaut werden ach du scheiße dann machen wir schnell einen stein hierhin schnell 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 stein kommt bevor die kommen schnell schnell so gut jetzt geht es los gut leute alarmbereitschaft alle mann ran alle mann ran alarmbereitschaft ach du scheiße da ist schon zwerg verloren oh die sind jetzt aber nicht mehr ganz so feige das ist natürlich jetzt ganz cool wenn der da mit dem bogen arbeitet oh der tesla atom ist außer betrieb ach du scheiße greift die alle an grann nein 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 eire Victim ich hab ja fast den Eindruck dass wir diese Wälle nicht überleben Ach du... Die gehen wieder zurück. Ist die Welle vorbei. Oh Gott. Guck dir mal an, was da auch für Viecher dabei sind. Die kommen da Gott sei Dank nicht durch. Oh Gott. Sieben Zwerge. Oh Gott, wir haben echt drei Zwerge verloren. So, wie sieht's denn jetzt... Ne, dann können wir mal wegmachen. Wie sieht's denn jetzt hier mit unserem Leben aus, meine lieben Zwerge? Du geh mal schlafen, du nicht? Du gehst schlafen, du gehst schlafen, du gehst schlafen. Oh, die sind alle total erschöpft. Du gehst schlafen, du gehst schlafen. Oh Gott, gehst schlafen. So, tja... Und die anderen könnt ihr jetzt hier ein bisschen ausbauen wieder, vielleicht, wenn ihr Lust habt. Der Tesla-Turm, der hat's ja nun echt gebracht, ne? Können wir das mal wegnehmen. Und vielleicht einen neuen Tesla-Turm bauen. Aber wir haben's wenigstens überlebt. Mann, Ufo, Mann, lass den Kopf nicht hängen. Guck mal hier. Wir haben vier Tesla-Turme, oder können wir vier bauen? Wir haben vier Tesla-Turme. Dann bau mal hier die Dinger. Und hier macht er schön dicht, ja? Hier auch? Und hier auch? Na fleißig sind sie ja. Na los. Mach... Das könnt ihr hier wegnehmen. Das Wasser. Genau. Hier noch einen. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal um die Verteidigungsanlage hier kümmern. Hm. Erfahrungsgemäß, äh, wie es eben aussah, äh, äh, achso, so wie es eben aussah, hatte ja der Tesla-Turm, äh, war ja eigentlich zu niedrig, wa? Scheinbar diese fliegenden Viecher sind ja da rübergekommen. Können halt scheinbar sehr hoch fliegen. Na ja, müssen wir mal gucken. So. Und jetzt mach mal folgendes. Wir brauchen richtig viel Holz. Äh, fäll mal jetzt hier Holz. Fälle. Und schlag vor allen Dingen diese blöden Käfer tot. Und fäll mir das ganze Holz her. Also hier könnt ihr auch fällen. Und könnt ihr auch alles mitnehmen. Ich geb euch hier gleich mal so ein Dings. Haben wir eigentlich noch Gimps? Ihr wisst, was ich meine. Gimps? Jetzt haben wir hier schon wieder ein neues. Rostiger Säbel des Skeletts und Muskatblüte des Skeletts. Was ist denn das? Rostige Muskatblüte des Skeletts. Achso, die haben wir erbeutet. Die könnten wir jetzt einsetzen, ja, oder was? Was? Ach, guck mal hier. Wir haben Stahlhelm. Das ist ja cool. Hm. Tja, dann machen wir das doch glatt mal. Guck mal, wir haben schon wieder eine Eisenrüstung. So. Er wird ja immer besser. Hier, Stahlhelm. Wumm. Wumm. Wursch. Kawusch. Badam. So. Die Waffe hier, die kannst du doch unter Ulk verbrochen, alter. Morgenstern, was ist denn das? Hm. 20 Schaden. Und der hier? Hm. Siebsten Schaden und der, siebsten Schaden, alles luschen Zeug. Und die hier? Hm. Hm. Noch mal ersetzen die Dinger. Gibt es denn sowas? Haben die so ne luschigen Dinger? Wir brauchen noch mehr Bogenschützen, fällt mir gerade ein. Haben wir noch einen Bogen? Wir müssen noch einen Bogen bauen. Hier, alles fällen, meine Lieben. Alles fällen. Und, äh, und hier, äh, warte mal. Hier brauche ich mich mal so ne Dinger hin, dann könnte er das sein. Ja, und greift die an. Macht das ganze Goblin-Dorf hier nieder. Hier, den Anführer. Greift den Anführer an. Ganz gezielt. Guck mal, wie schnell das ging. Ah, das ganze Lager platt machen. Und los. Das ganze Lager haut sie kurz und klein, die Hunde. Und dann schleppt das alles weg. Zwei Bogenschützen haben wir ja. Ist ja auch cool. Schlag die alle kurz und klein. So, können wir hier nicht noch einen schönen... Guck mal, ist denn das hier wie viel Kampfkraft? Ah, 40. Oh, ich will so ein Ding haben. Los, bau mir hier so ein Ding. Gold in Gott. Goldbarren. Und Silberbarren. Haben wir doch. Klang, klang. Klang. Cool. Was können wir noch bauen? Ein schönes. Mitrielschwert. Oh, Mitrielschwert. Was hat denn der? 45 Schaden. Aber hatte der auch, oder? Ach, 40. Oh, Mitrielschwert ist wahrscheinlich das stärkste. Guck mal, einen Langbogen. 30 Schaden. 30 Schaden. Ich will einen langen Bogen haben, aber sofort. Uns geht noch zwei davon. Seil haben wir. Oh, 22 Seile. So langsam. Weiß ich, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann ich... Nein, ich wollte doch einen Bogen haben. Aber weißt du was? Wir machen was anderes. Wir stellen mal Stahl her. Und zwar brauchen wir dazu Eisenerz. Und Kohle. So. Und jetzt können wir Stahl herstellen. 1, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Wie kloppt das alles kurz und klein hier? Die sind doch selber dran schuld. Die miese Bande. Guck mal hier. Goldene Schuhe haben wir bekommen, oder was? Oder ist das nur ein Rezept? Ein Rezeptor. So. Hier. Alles hier einsammeln. Los. Alles weg, 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 weg. Und zack und hier. Und zack, was ist das? Ein Schmiede-Lehrbuch. Ja. Sehr schön. Und der eine Zwerg ist wieder zurückgespawnt. Komm, lass uns mal hier schön was lernen, meine Lieben. Haben wir hier einen Schmied überhaupt dabei? Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Wir haben noch keinen Schmied. Benutze. Siehst du? Und hier haben wir noch ein Müller-Buch, oder was? Müllerei-Buch. Komm, Baby, Baby. Wo bist du hier? Müller-Buch. Benutze. Und hier haben wir noch Bogenschützen-Buch. Zwei Stück. Wo ist hier Bogenschütze? Bogenschütze. Hier, Bogenschütze. Cool. Los. Komm, komm, komm. Oder brauchen wir noch... Ne, warte mal. Wir geben ihn mal ein. So. Dann haben wir aber noch einen Bogenschützen. Ne, dann bilden wir mal den hier als Bogenschützen aus. Genau. Der hat ja auch einen Bogen. Haha. Was haben wir denn hier noch cooles? Ein Mana-Trank. Können wir den benutzen? Und dann? Achso. Dann haben wir hier mehr Mana. Okay. Ansonsten haben wir hier noch schon was fertig gebaut. Acht Pfeile haben wir. Okay. Die Dinger werden gebaut. Rüstungsschuhe haben wir. Alle haben Schuhe. Das war's an Rüstung. Mehr gibt's nicht. Ich fand auch ja sehr cool diesen Spruch mit den... Haben wir den noch? Den Spruch mit den Imps, den würde ich ganz gerne nochmal checken. Das war hier, glaube ich. Warum auch immer. Dann war's doch hier beim Waffen. Ah, guck mal hier. Wo sind die? Guck mal, ist hier ein Sammelhorn? Okay. Was macht das? Ruft die Zwerge an einem bestimmten Platz zusammen. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Was soll denn das kosten? Was soll denn das? Habe ich die schon, sag mal? Habe ich die schon? Guck mal, ich habe schon drei. Habe ich auch Imps? Was? Hier, sieben Imps-Sprüche. Habe ich schon. Ist ja krass. Habe ich die alle her? Kann mich gar nicht erinnern. Komm, wir machen mal einen. Oder? Wollen wir einen machen? Juhu! Guck mal. Jaaa, die Imps kommen. Und helfen beim Sammeln. Geil. So, da haben wir auch gleich haufenweise Äpfel. So, wir machen uns jetzt mal überhaupt keine Raste, dass es dunkel ist. Ohhhh, das geht aber. Guck mal, cool. Cool. Was kann man jetzt noch machen? Ohhhh, die Imps. Hier wurde fleißig gebaut. Äh, den brauchen wir nicht. Santa. Guck mal, hier könnten wir noch mal rein. Los, kommt hier mal rein. Den hier angreifen. Los. Ich baue euch auch so ein Ding hier hin. Haha. Los, kommt, kommt, kommt. Mach den platt, mach den platt. Jaaa, mach den platt. Und den auch. Jaaa, los. Ach, Mistikak. Warte mal. Wir haben noch hier diesen Sammelhorn Spruch. Wollen wir den nicht mal einsetzen? Sammelhorn, pass auf jetzt. Jetzt kommt Sammelhorn. Töre. Los, kommt. Ja. Sie haben es geschafft. Der fragt sich, ob das ein Haus ist. Nein, das ist kein Haus. Hier, baut das mal alles ab. Entferne die antike Säule und dann hier durch. Ich verspreche mir davon, dass da was ist. Habt ihr nur Waffen oder was? Habt ihr kein Werkzeug dabei? Hä? Oder seid ihr alle so müde oder was? Seid ihr müde? Okay, dann gehe ich schlafen. Gehe ich schlafen. Gehe ich schlafen. Du nicht. Gehe ich schlafen. Nein, du nicht. Na, ist egal. Komm, geht alle schlafen. Ist mir egal. Geht alle schlafen. Sammelhorn. Weg. Ach, jetzt auf eben, mal wurde Sammelhorn weg. Ach so, die sind alle zu dem Sammelhorn hingegangen. Das war noch Priorität über der Arbeit, die sie hatten. Sehr interessant. Oh, das könnte ja hier alles einsammeln. Die Ims, die kommen ja nicht bis hierher. Falls es die noch gibt. Gibt es die noch? Versuchen die hier irgendwo? Ach, guck mal, die Fliegen. Die haben noch mit Holz sammeln zu tun. Ist ja putzig. Ist ja putzig. So. Hey. Alter. Was, 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 was? Geht, was geht, was geht? Hier. Ah. Okay. Sammelt doch hier. Komm, warte. Hier. Portal. Los. Hier. Kriegt er. Kriegt er. Ich will, dass ihr hier das alles weg sammelt. Ihr müsst doch irgendwo. Guck mal. Da haben wir doch schon was. Ja, los, los, Eisen, Eisen. Können wir gebrauchen. Da muss das natürlich auch weg. Jetzt schlafen die alle, wa? Ich habe ja fast den Verdacht, dass die alle schlafen. Ich hatte denen eigentlich gesagt, dass sie schlafen sollen. Jetzt sammeln die auch, weil die Ims das nicht alleine schaffen, oder was? Komm, wir knallen hier noch eine Horde rein. Oh, guck mal. Ah, es geht nur einmal, Ims. Na ja, gut. Ach, guck mal, wie geil. Die Ims. Cool. Ich komme hier gar nicht zum Bauen. Ich will doch hier ein tolles Superschloss bauen. Leute. Hier, guck mal. Ja, hier, guck mal. Hier, hier. Die ganzen Vorräte. Das müssen wir alles holen. Das müssen wir alles wecknallen. Ja, los, kommt. Komm, komm, komm. Alles wird, ja, nimmt das alles mit. Und hier, der nächste, der hier kommt, kann hier mal eine Fackel anbringen. Und, okay, jetzt werden wir mal aus den tieferen Gefilden die ganzen Dinger hier abbauen. Guck mal hier. Das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Nein. Und die Dinger hier. So. War da noch einer? Nö. Ein Zwerg? Keine Ahnung. Was ist denn das? Weiß nicht, was das ist. Irgendeine Made. Guck mal, die nehmen wir noch alle mit. Die brauchen wir jetzt hier nicht. Die auch. Ja, Verschwendung. Wenn die hier einfach rumliegen. Äh, weg. 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 Nicht, dass die extra wegen so einem Scheiß hier noch runterklettern. So, es reicht erst mal. Wo sind sie denn? Hier. Hier, Leute. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack und zack. Zack, 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 zack. Jawoll, wieder haben wir was gefunden. Die Rohstoffe, da ganz unten finden wir scheinbar keine. Hier geht es ja ganz schön zur Sache. Guck mal, hier haben wir so einen schönen Gang. Da könnten wir gleich mal hier noch eine Aktion starten. Und jetzt können sie die auch alle umbringen hier. Hier, da, da. Genau, schlachten alle dort. Alle dort schlagen. Und alles abbauen, genau. Sehr schön. Und dann hier durch. So, da haben wir nämlich da einen schönen Durchgang. Ah, ein Rezept. Diesmal hat er mir gar nicht... Oh, guck mal, die Rezepte, die kommen hier ohne Ende. Was gibt's hier Neues? Die goldenen Schuhe. Können wir die schon bauen? Gold in Gott. Ich will ein Gold in Gott bauen. Wie baut man das? Hier, Gold. Haben wir Gold? Ey, scheiß die Wand an. Guck mal, wie viel Gold wir haben. Entschuldigung, dass ich das eben gesagt habe. Zack, zack. Dann können wir uns goldene Schuhe ohne Ende bauen. Und hier haben wir so viel Holz abgebaut, dass wir uns das erlauben können. Der Holzverbrauch ist ja echt super extrem bei der Herstellung von Kohle. Aber wir machen mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie... Ah, das ist zu viel. Das ist zu viel. Guck mal, hier bauen wir doch auch Kohle ab ohne Ende. Naja, ohne Ende nicht. Und hier werden wir mal so ein Ding reinbauen, so. Die da ein bisschen arbeiten können. Hier muss auch noch eine Fackel hin. Da muss hier der ganze Mist abgebaut werden, Leute. Ey, Leute, ran, 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 ran an die Buletten. Ran an die Buletten. Hat schon ein Zwerg Hunger? Nee. Oh, Leute, das war's schon wieder. Oh, guck mal, noch ein Rezept. Cool. Noch ein Rezept. In der nächsten Folge geht's weiter, meine lieben Freunde, hier mit Craft the World. Wir haben jetzt irgendwie so viel zu tun, gerade unsere Zwerge auf weitere Kriege vorzubereiten, dass wir jetzt nicht dazu kommen, unser Märchenschloss zu bauen. Wir wollen die erstmal richtig tippitoppi, schloppi, moppi, ausrüsten. Äh, wir haben ja noch 30 Minuten bis zur nächsten Monsterwelle. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.